Ich habe jetzt noch zehn Tage frei und jetzt gehen wir noch eine Woche nach Griechenland, tun wir ein bisschen holen und dann geht es bei uns ja wieder los, bei der Materie. Eine Frage, Sie waren für uns, Sie sind für uns das Idol, alles was mit Fußball verbunden ist. Warum sind Sie nicht mit der Mannschaft in Frankreich? Das ist ja so, da sind wir nicht eingeladen, die alten Spieler. Ich bin eingeladen ins Endspiel, es ist egal was für ein Mannschaft, das Endspiel kommt, von einer Werbefirma und ich war jetzt bei der Ehrung in Frankreich und das andere Spiel habe ich jetzt in Deutschland im Fernsehen angeschaut und ich hoffe, dass ich am Sonntag hier das Spiel Deutschland gegen Müller und 2-1. haben Sie schon gern werbe September 2020 und什麼 mama auf Halo. Und es hat mir auch mal patroniert,